Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin gerade im Fitnessstudio und ich war sehr lange nicht mehr im Fitnessstudio und es hat mir total Spaß gemacht, es hat total Spaß gemacht, den Körper zu fordern, ja, und Gewichte zu heben und so weiter. Ich hoffe übrigens, ihr könnt mich verstehen, aber dies ist auch eine Übung, ja, dies ist eine Übung für euch, mich in einer sehr lauten Umgebung zu verstehen. Okay, ja, es hat sehr viel Spaß hier gemacht und ich werde euch in kommenden Videos auch berichten, wie es läuft und wie meine Fortschritte sind und so weiter. Also, auf das alles kannst du dich freuen. Das nächste Video mache ich in einer Umgebung, die nicht ganz so laut ist, sodass ihr mich auch besser verstehen könnt. Okay, bis dann, bis morgen. Morgen berichte ich euch von meiner Erfahrung und meiner Strategie. Okay, bis morgen.